Ich weiß gar nicht, wer von denen nicht gedreht ist ey. Der Pathfinder fliegt also genockt durch die Gegend und ich wusste nicht, ist er genockt, ist er nicht genockt und er hat ne Shotgun. Genockt. Die ist hier, dahinter. Granate in meiner Fresse. Aber ich hab sie gecrackt. Ich kann den Shit geben. Die hat ne Shotgun. Aber die hat nichts. Wo, Digga? Ja, da draußen einfach nur gewesen. Ich will nicht sehen. Komm da. Jawohl, die Nevis ist natürlich überhaupt nicht mehr OP. Oben drauf. Push, push, push. Cracked. Cracked. Locked. Pass tot. Naja, da ist noch ne Vantage von oben. Äh, ist ein neues Team. Das ist ein neues Team und ich glaube, der könnte allein hier sein. Aber es ist ein neues Team oben. Zwei Teams. Zwei Teams. Vantage direkt vor mir. Die würde abhauen wollen. Haben wir ihn getroffen. Wow, Digga. Hat der die erste... Der Mittel war auch. Ich bin oben drauf. Cracked. Schönen, Digga. Stark, Stark. Shitstopp. Ja, nichts mehr. Okay, warte mal. Ich muss auch ganz normal looten. Ist ja schön schnell den Shitstopp hinter mir wieder. Ja, hast du mitbekommen. Einer sich. Ist hier bisher nur einen. Es ist ein Patty. Es ist ein Patty. Ist oben drauf. Komm mal her. Oben drauf gehen, bitte. Das bist nicht du. Lass mal reingehen, ja. Knock. Hier? Oh, da kommen die Nächsten. Heal dich, heal dich, heal dich. Ich kaffe grad die Tor. Beeil dich, bitte. Du musst dich wirklich schielen, Digga. Ich hab bei einen gecracked. Beide gecracked. Beide gecracked. Beide gecracked. Warum hat der denn den Shitstopp? Okay, knock. Oh, Digga. Hier. Beide gecrackt. 3-P. 3-P. 50-70 cracked. Hier hat einer nichts mehr. Ähm, mach ich sonst schon Schaden? Okay. Hier sind wir, Gernal. Genau. Knockt hier einer. Wir schießen hier auf. Okay, der ist down. Ja, der farmt uns da schön ab. Deiner Penner, du, Alter. Jetzt kennt er mich. Kommt hier hoch wieder? Krass, Alter. Der war ein übelster Tryhard. Zum Glück ist der raus aus dem Game. Ich hab da auch einen Hardpeats. Zwei, zwei, zwei Hardpeats. Nicht hochgehen. Nicht hochgehen. Komm, abmarsch, abmarsch. Der hat eine PK. Oh ja. Cracked. Anderen auch fast cracked. Richtiger, richtiger Nemesisnerf. Merkt man jetzt nicht so richtig, oder? Aim auf den Balloon. Cracked oben. Hast du einen Schuss getroffen? Keine Hardpeats. Hardpeats, Hardpeats. Der ist einer gegen das. Links, 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 links. Cracked einer. Nichts mehr, nichts mehr links. Lock, lock, lock. Auch cracked. Muss ich kurz zielen. Ja, spinn da durch. Alle tot, oder hast du ihn gefinisht? Einen, einen hab ich gefinisht. Einen hab ich gefinisht. Lock, toll. Schön, schön, schön. Down. Naja, die Fies sind nicht schlecht auf uns. Entspannt, entspannt. Die pushen nicht. Okay, leider. Bojack. Ich hab leider keine Energy-Money mehr. Ne, den Bojack. Cracked hier einer? Uh, der ist ordentlich cracked sogar. Und reizt, kleiner. Machen wir sie nach rechts? Die sind fucking schlau. Die pushen direkt mit uns mit. Das war nicht so schlau. Oben ist einer. Weg. Hier ist noch einer. Naja, das ist ein zweier Team. Dann haben wir noch links irgendwo einen. Also das ist ein einer und ein zweier. Ja, ja, genau. Links ist ein einer und vor uns das ist ein zweier. Boah. Alter. Einer 100. Wir machen entspannt. Die sind, sind die noch Sauen, ja, ne? Ja. Runden, komm rein. Nein. Einer. Ach, der eine ist noppt. Ein bisschen gechockt am Ende mit den ganzen... Aber guck mal hier, 20k Badge ey. Warum hab ich keine 20er Badge? Mann. Geiles Game. Also Nemesis, ich spür absolut keinen Nerf. Zumindest im Normal nicht. Also gar keinen Nerf überhaupt. Sag ich dir auch ganz ehrlich, ich spür ihn auch absolut nicht. Até , genau. Ich wörbia. Los-düro? zum